Er hat das Ziel verfehlt. Nein, er hat die Schnur durchschossen. Das war nur Zufall. Hast du gesehen? Er hat die Schnur wieder durchschossen. So einen Bogenschützen habe ich noch nicht gesehen. Wenn du nichts dagegen hast, Latinos, möchte ich den Gürtel Pallas geben. Er hat ihn in Wirklichkeit verdient. Hier, Pallas. Er hat ihn in Wirklichkeit verdient.